Scheiße. Scheiße. Drogen. Lass die Finger von Drogen, Jungs. Fass keine Drogen an. Drogen sind scheiße. Drogen machen kaputt. Scheiße. No Go. Aber du hast damit gehandelt? Ich habe damit gehandelt, ja. Aber ich habe die Leute nicht damit angesteckt. Die Leute haben das ja schon vorher. Ich hätte niemals jemandem, ein kleines Kind würde ich niemals Drogen verkaufen, der 15, 16 Jahre. Ja, ich würde ihm das zwei Orfeigen geben und seinem Vater schicken. Ich würde niemals Leute Drogen verkaufen, die noch nie Drogen genommen haben. Das ist ein No Go. No Go. Auch bei uns in Offenbach. Wenn die Älteren sehen, dass die Kids Drogen nehmen, direkt schnell Orfeigen. Auch wenn man sie nicht kennt. Wenn sie sehen, dass kleine 14-jährige Kiffen direkt Orfeigen ab nach Hause. Alles abnehmen. Ist so. Alles ab煩net. Nimm das 읽se 일ven Can wele für die Sieg? Why ist das Drogen? Untertitelung des ZDF, 2020